Hallo und recht herzlich willkommen zu einer brandneuen und normalen Folge Jurassic World Alive. Wieder gemütlich einfach mal ein paar Ründchen Arena Kämpfe. Es wurde sich gewünscht. Ich freue mich sogar darüber, dass jetzt hier einige mir schreiben, was sie sich wünschen. Finde ich sogar sehr, sehr stark und anscheinend scheint es einige zu interessieren, wie ich mein Oldschool-Team in der Arena weiter vorantreibe. Wenn ich daran denke, dass ich schon eine Arena höher war. Ich weiß nicht, wie hieß das? Nee, Strand ist das nicht. Das ist dieser komische... Wie nennt sich dieses Ding? Weil Strand ist noch eine Arena höher. Dort war ich noch nicht. Das bin ich ehrlich. Diese Lagerhalle nenne ich es einfach mal. Dort war ich auch schon gewesen. Deswegen, da habe ich auch schon den Erfolg für freigeschaltet. Arena 12 oder 13 ist das Jahr, ne? Ich weiß gar nicht. Das hier ist Arena 12? Bibliothek? Mag mich jetzt auch vielleicht irren. Und ich will ja versuchen, mein Oldschool-Team, was ich so hart gepusht habe, langsam umzuswitchen. Problematik habe ich oft in der Folge erklärt. Ich habe schon so viel reingeboostet mit den ganzen Geschwindigkeit, Attacke und sonstiges. Deswegen werde ich jetzt einfach mal eine lustige Folge und mal gucken, wie weit ich in der Bibliothek vorwärtskomme. Ich will jetzt auch nicht lang schnacken. Ich gehe rein und wir gucken einfach mal, auf was für Gegner wir treffen. Weil ich bin anfällig auf Breia Dinos. Klipp und klar. Ich habe Tor. Ich habe auch ein... Ja... Ich habe Dior mit Konterschaden. Ja, ist so ein Mischmasch. Also es kann gut und schlecht sein. Aber wir schauen jetzt erstmal an, was für einen Gegner wir bekommen. Bin auch wirklich sehr gespannt, wie weit wir kommen. Also ich werde jetzt mal ein paar Kämpfe machen. Und ich werde mal direkt hier direkt auch mit wirklich Oldschool-Verwirrung stiften. Ah, Apex. Direkt am Start. 29. Das ist bitter. Kann man ihn ablenken? Ah, er ist so 50% an Shabai Moon. Ist das richtig? 50%? Äh... Ne, 75. Das ist mies. 75 ist mies. Aber du wirst doch gleich irgendwie was machen, ne? Ah, das ist viel Schaden. Ja, natürlich. Und ich sehe gerade ein großes Problem. Weil wenn er jetzt... Er wird jetzt die Attacke hier machen. 4, 6. Ich bin down. Hat... Kann er mich abhalten? Ne, er macht mir keinen Schaden. Ich mache das jetzt. Naja, mach mal. Nein. Okay, ich wäre sowieso... Alles gut. Ich wäre sowieso down gewesen. Er konnte mich wirklich aufhalten. Da habe ich jetzt ein bisschen gefettfingert. Aber was kannst du denn großartig machen? Du kannst nicht wirklich viel machen. Deswegen gehe ich jetzt mit Dior rein. Und ich mache dich jetzt leider kaputt. Ich weiß, du bist ein bisschen überfordert jetzt mit der Situation. Ne, du haust ab. Ah, ich weiß nicht, ob das so clever von dir war. Ah, du tust mir zwar weh mit deinem Schaden. Keine Frage. Aber weißt du was? Auf das Spielchen lasse ich mich gar nicht ein. Tut mir leid, aber das Spiel mache ich dir kaputt, weil ich weiß, was du vorhast. Ah, okay. Jetzt sind wir zwar gleich schnell, aber ich bin jetzt automatisch schneller, weil ich die Geschwindigkeit dazu gewinne. Und schön. Ablenkung. Okay, er reinigt sich jetzt. Klar. Bitte pack. Und es hat gepackt. Sehr schön. Dann werden wir ihn mal jetzt direkt erst mal nerven. Machst du Blitz an Sturm? Wenn... Ne, du machst es nicht. Bitte betäub, bitte betäub. Ich habe kein Glück. Leider nicht. Aber die Betäubung... Ich meine, Schaden über Zeit war nicht stark genug. Es war gar nicht stark genug. Wenn er jetzt Blitz an Sturm macht... Wie viel Schaden macht er denn mit Blitz an Sturm? 2, 7, 12. Wenn er durchgeht und kriegt... Okay, unerwarteter Spielzug. Okay. Interessant. Das ist nicht cool. Du wirst mich sofort attackieren. Das weiß ich. Ja. Das wird wehtun. Ja, klar. Weil auch wenn ich Initiative gemacht hätte... Er hat ja auch Initiative gemacht und er war von Anfang an jetzt schneller. Deswegen wäre es jetzt sowieso durchgegangen. Und ein 2-0 gerade fühlt sich richtig unverdient hart an, weil... Ich liege eigentlich gar nicht 2-0 hinten, wenn man es mal streng genommen sieht. Jetzt habe ich nur das Problem. 5100, das tut weh. Ich muss mit Thor reingehen. Ich habe was vor. Das wird wehtun. Bitte keine Kritische. Kritische. Kritische, das hat mich jetzt gerettet. Wir wissen beide. Du hast doch jetzt wieder Cooldown 2. Cooldown 3. Und er hat nur eine Attacke angewandt. Heißt, er hat eine frei. Ich muss weg. Nein. Er finischt mich jetzt. Okay. Jaja, dein Emote kannst du dir sonst wohin schieben, ganz ehrlich. Entschuldigung. Das ist... Hat er aber, muss ich jetzt auch Respekt zollen, hat er leider sehr clever gemacht. Daddy. Aha, Daddy. Daddy Warbucks. So, das war jetzt natürlich leider gut von ihm gespielt. Muss ich ihm lassen. Ein 3-0 Sieg. Das fühle ich nicht so ganz. Also, es fühlt sich nicht wie eine 3-0 Niederlage an in dem Sinne. Weil ich habe viele gut getroffen. Aber es war halt leider ein bisschen böse. Schon wieder ein Apex Gegner. Also, lange ist schon keine Apex mehr gesehen. Schaden über Zeit bin ich leider nicht immun. Das ist bitter. Wie viel Schaden machst du mir denn? Okay, Gott sei Dank nicht so viel. Ich hole mir auch erstmal wieder die Geschwindigkeit zurück. Greif du mal an. Ich habe da eine Überraschung für dich. Bist du AFK oder was ist deine Mission? Ja. Das ist selber schuld. Jetzt hole ich mir erstmal schön die Heilung wieder zurück. Zusätzlich nochmal Heilung. Bin wieder full life. Und womit könntest du mich jetzt überraschen? Damit, deswegen mache ich das jetzt. Sag mal nicht, du bist jetzt AFK. Du warst eben nicht AFK. Das ist im letzten Moment dein Ernst. Gott sei Dank widerstanden. Aber da müsste ich mehr Schaden haben. Du bist weg vom Fenster. Schön, schonmal 1-0. Vielleicht muss ich jetzt ein Comeback starten. Das geht gar nicht. Das lasse ich jetzt nicht mit mir machen. Alexa, Ruhe. Ich weiß nicht, warum die Alexa manchmal angeht. Das ist so nervig. Jetzt habe ich mich von der Alexa, glaube ich, ablenken lassen. Aber das wollte ich gar nicht. Verdammt. Ich kann nicht wechseln. Glaubt ihr, er macht irgendeinen tödlichen Fehler? Nee, ne? Schade. Okay, du hast mich weggeholt. Du hast allerdings, Gott sei Dank... Oh, mein Tor ist schneller. Oh, du hast aber... böse Schaden damit, ne? Ich gehe dann trotzdem mit ihm rein. Muss ich ja machen. Ja, jetzt hätte ich mal lieber Schild gemacht. Ja, präzise und dann noch kritisch. Das tat wirklich weh. Definitiv. Oh, kein Glück, Tor. Aber das Spiel haben wir ja auch in der letzten Runde gespielt und das spielen wir jetzt gerne nochmal. Leider wird er jetzt durch seine Attacke die Ablenkung heilen, aber ich hoffe auf Betäubung. Mach der das nicht, ja? Warte mal. Haben die eben das weggenommen? Wenn man ihn einwechselt, warte mal, da würde ich mal jetzt kurz herausfinden. Äh... Wo ist der Schaden? Er hatte doch damals die Funktion gehabt, auch zu betäuben. Mein Gott, hier hat sich aber auch einiges verändert. Jetzt habe ich nicht darauf geachtet. Er hat die Starkattacke gemacht. Heißt, er hat Blitzansturm frei, ne? Blitzansturm macht bei ihm Schaden 3K. Ich muss leider auf die... Okay. Jetzt holt er ihn hervor. Hm... Passt mir eigentlich gar nicht. Und welche Attacke hast du wieder, Initiative? Hm... Wie die Augen aussehen. Okay, ich kann ihn zwar ein bisschen ablenken und keinen kritischen, aber... Ich hoffe, ich komme durch. Natürlich bin ich nicht durchgekommen. Ich hoffe, ich habe noch die Geschwindigkeit. Ja, und das ist nicht verfügbar. Warte, machst du mir Schaden, wenn ich abhaue? Du machst mir doch Schaden, wenn ich abhaue, oder? Einigung... Zwei... Bla, bla, bla... Jagd bei Flucht, also anscheinend mal... Nein! Ich habe es zu spät gemacht. Ihr habt es gesehen, ne? Verdammt. Und er holt sich wieder was zurück. Ich habe eine Sekunde zu lange gebraucht. Mann! Hm... Ja, ich gehe mit Tor jetzt rein. Und ich habe noch ein Auswechslungs-Move möglich. Bitte kritische. Bitte krit. Bitte krit. Er kritet. Er finisht. Sehr schön. Comeback. Ist vorhanden. Gegen Sirak. Aber ich würde mich so freuen, wenn ich mal gegen einen von euch kämpfen würde. So aus Zufall. Dann öffnen wir doch mal die Acht-Stunden-Kiste. Bla, 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 bla. Bla, bla. Immer derselbe Rotz. Und... Aktivieren ihn mal. Dann gehen wir mal in den nächsten Fight. So, jetzt sind wir wieder da, wo wir vorhin waren. Jetzt müsste er allerdings diesen Kampf gewinnen. Ja, das müssen wir jetzt tun. Und... Oh ja, Tento. Tento hat schon so oft damals 3-0 Siege geholt. Das war aber vor meiner Jahrespause. Da war noch hier mit, äh... Gemini und... Und... Den einen langen Hals-Dino. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie er nochmal hieß. Da habe ich mal so einen geilen Move gemacht, dass die Gegner das Kotzen bekommen haben. Leider ist das nicht mehr so. Und der Gegner lässt auf sich warten. Ja, ihr bleibt mit dran. Aber vielleicht habe ich ja Glück, so einen AFK-Gegner. Mein Gott. Man kann ja auch mal sich freuen und ein bisschen höher kommen. Ach dein Ernst. Warum tut ihr das? Ihr habt nicht mal jetzt schwache Dinos und ihr wollt einfach nicht spielen. Hm. Ihr könnt mir gerne mal verraten, warum man das tut. Ich glaube, ich wusste das mal. Trotzdem tut er mir weh. Mit kritischem. Aber ich regeneriere wieder. Komm. Ja, jetzt macht er bestimmt die starke Attacke und hat so angetäuscht. Hühüh, ich bin doch da. Nee. Du bleibst regungslos. Wird das echt ein 3-0 Sieg für mich. Thank you. Jetzt habe ich wieder full life danach. Mal gucken, wie viel Regeneration ich kriege. Du musst mich schon wieder erwarten. Oh nein, das werde ich nicht vor skippen und vor spulen. Ihr dürft jetzt mal schön mit mir leiden. Oh nee, er hat. Er ist da. Er ist da. Ich habe full life. Okay, ich führe full life und ich habe leider Pech jetzt mit den Vögeln. Und ich kann keine Ablenkung machen. Hm. Er ist okay. Okay. Mach du mal. Ich kann ja reinigen. Ja, trotz kritischer. Bringt mir nur nichts. Ist aber verwundbar. Bringt mir auch nichts. Ich sollte. Ja, ja, ich mache was. Ich ärgere euch. Ja, ich hole jetzt komplett Leben zurück, weil ich will versuchen, dass die auf jeden Fall Schaden ein bisschen abgelenkt sind, dass sie weniger Schaden machen können und ich wieder ein bisschen was regenerieren kann. Auf diesen Hof will ich jetzt gehen. Oh, ich hoffe, dass ich ihn jetzt trotzdem finishen kann. Und ich habe gerade gesehen. Ah, okay, Gott sei Dank. Einen habe ich weg. Also finishen meine ich natürlich einen Dino nur, weil ich bin, mir ist ja klar. Das bringt mir nichts. Verdammt. Kann ich irgendwas machen? Tust du mir weh, wenn ich fliehe? Ich kann mir das nie merken. Es sind Ups viel zu viele mittlerweile. Ne, ich glaube nicht. Und ich bin schon wieder zu langsam. Mann. Ich bin manchmal so lust. Ah, ich hätte gerne einen anderen Dino, aber leider, wie sieht es mit Vergiftung aus? Bist du immun gegen Vergiftung? Bist du gar nicht. Gut zu wissen. Aber ich will jetzt einfach mal. Kannst du mir präzise... Oh, er bricht durch. Das heißt, ich werde jetzt einfach... Ist das hier mit Reinigung? Ne, nur Reinigverwundung. Komm. Geh mal da mit rein. Das muss ich hoffen. Ja, das nervt mich jetzt ein bisschen. Ich dachte, er macht die eine Attacke. Ja, er wird mich jetzt finishen. Ganz klar. Präzise, 3-4. Präzise geht durch. Präzise geht auch da durch. Ich hab verkackt. Er macht Stoß und Fluss. Okay, 2-1. Das ist jetzt heikel. Scheiß, Vajardino. Jetzt er! Jetzt hat er ihn am Start. Uh. Okay, okay, okay. Das ist jetzt ein bisschen... Ich hab jetzt so unpassende Dinos dafür. Das ist ja gar nicht geil. Ich hab ein kleines Problemchen. Ja, ich muss ihn jetzt wenigstens halbwegs ablenken. Ich weiß, was ich versuche. Ja, ja, mach du mal. Schaden über Zeit. Wird mir wehtun, ne? Das wird mir richtig wehtun. Jetzt muss ich Initiative leider machen, um Reinigung zu erzielen. Schaden über Zeit zum Gehen. Zu hoffen, dass ich ausweiche. Ich hab arg Probleme. Und der geht durch. Das ist doch so undankbar. So, ich werde jetzt noch zwei Runden kämpfen. Zwei Runden, weil ich muss jetzt wieder einen Kampf gut machen. Hä? Du? Level 28 hier. Ja, wir wissen alle, was du machst. Du machst Initiative. Nix da. Okay, das kam jetzt auch wieder unerwartet. Mann. Aber ist mir egal, weil Ablenkung wird es jetzt eh gereinigt. Dein Ausweichen wird jetzt auch entfernt. Also, tschüss. Bin ich wenigstens schneller? Und die Geschwindigkeit? Ne, kommt nicht zu mir. Gut, dann... Ich kann die nicht mehr ablenken. Ich kann aber... Regenerieren. Bisschen HP. Deswegen werde ich mal auf diese Nummer gehen. Und kritisch, ne? Dieser Dino-Sound von denen ist so nervig. Trotz kritischer. Das ist... Nicht dein Ernst. Ja, ja. Ja, mein liebes Oldschool Team. Ich merke das auch. Was sind denn hier in der Arena für Dinos aktuell? Das wäre niemals damals gewesen. Also, wenn ich meine Stufen angucke, ich müsste dann in der Arena höher sein. Aber das war damals nicht so. Was ist denn hier passiert in dem Game? Ich sag mal so, ich sehe die Runde nicht als kritisch. Ah, du kannst Initiative machen, ne? Na komm. Gar nicht erst die Chance dazu lassen. Mit dir. Gar keinen Bock, dass du mir jetzt noch Schaden machst. Na, ich sag ganz ehrlich... Ich hole mir den Sieg noch. Und dann mache ich noch eine Runde, weil dann muss ich es gut machen. Bist du dir sicher, die gerade reinzuholen? Du kannst mich doch gar nicht finishen. Du weißt schon, was ich für eine Attacke habe, ne? Ach, ausweichen. Verdammt. Und... Ach, Mann. Dein Ernst? Ah, okay. Nicht gut. Gar nicht gut. Ach, so nervig mit euch. Ach, sorry. Aber dieser Dino-Sound, ne? Ich kann mich nicht entscheiden. Ich muss mit ihm reingehen. Simun gegen Ablenkung. Hast du Präzise? Kannst du durch? Du hast keinen Präzise und du kannst nicht entfernen. Okay. Nervig, keine Frage. Hm. Ich bin schneller als die. Das... Gefällt mir gar nicht. Ich habe ein... Kleines Problem. Es geht... Ah, ne. Ich habe ja keinen. Ja. Schöner Kack, wenn du jetzt wechselst und du hast irgendeine komische Überraschung für mich, dann bin ich gefinisht. Aber du darfst noch nicht wechseln. Weil ich dich finische. Okay, da hast du nicht aufgepasst, Kollege. Ah, das ist so ärgerlich, dass diese Attacke... Jetzt frage ich mich, ist die Attacke weg? Oder habe ich sie noch? Oh, da liegt der Schmutz. Ich glaube, er ist lange am überlegen. Ich muss es schaffen. Und danach habe ich noch einen Kampf. Oh nein. Tun die mir weh, wenn ich abhaue? Ich glaube nicht. Schaden über Zeit. Das tut gut. Automatischer Tausch. Und es tut mir weh. Warte mal. Wird das nicht ein Unentscheiden? Nein. Ach nein. Das war wirklich kacke. Arena 11, jetzt habe ich es gelesen. Ich bin Arena 11. Genau. Und ich war Arena 12. Und Arena 13 habe ich bisher noch nie erreicht. Aber das war vor meiner Jahrespause. Eigentlich habe ich mal wieder ihn hier... Ach so, ich denke immer, ihr seht das, wo ich ihn zeige. Ganz ehrlich, wenn das jetzt hier eine schnelle Nummer wird, das soll nicht respektlos gegenüber den Gegner sein, sondern wenn es jetzt schnell wird, dann mache ich noch einen Kampf, weil das geht gar nicht klar. Aber das ist genau das, was ich euch erzählt habe. Mein Problem sind die Viadinos. Ich habe einfach nichts gegen die parat. Soll ich Aufhebung machen, weil vielleicht eher ein Gegner mit... Ja, komm. Wechselst du? Ne, schade. Ah, ich habe gehofft, dass er wechselt mit irgendeinem, der dann irgendeine Fähigkeit aktiviert und dann hätte ich das sofort aufgehoben. Oh, ihr seid mein Albraum. Und leider habe ich nichts, wo es durchgeht, ne? Ist so Verschwendung, diese starke Attacke jetzt zu machen. Ist egal, ich habe jetzt einen... Kannst du eigentlich wieder einen zurückholen? Ne, ich glaube, der ist nicht so nervig, ne? Nur wenn er auswechselt und wieder zurückholt, okay. Leider immun. Und hat nicht gepackt. Mann. Mann. Alles klar. Ich sage nur, ich habe ein Problem gegen drei Viadinos und ich kriege es gerade richtig zu spüren. Aber kann er nicht durch mehrere schlagen? Das ist meine Frage. Ne, ne? Warum Fettfinger? Ich bin so am überlegen und vergesse aktuell die Zeit. Ich weiß nicht, was bei mir los ist. Das ging beides zu 100% immun. Tja. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Und Aufhebung. Diese Attacke, ne? Das ist etwas, was ich sehr, sehr schade an dem Spiel aktuell finde. Aktuell? Schon ein bisschen länger. Das wirklich Jurassic World Alive die Dinos halt sehr OP gemacht hatte. Und dann haben sie diese getrostet, weil sie haben neue Dinos rausgebracht. Und man regt sich über die anderen wieder auf. Die drei Dinos sind nicht mehr die Ursache des Aufregens oder so heutzutage. Da gibt es jetzt andere Dinos. Aber trotzdem ist es wirklich eine Auffälligkeit, was ich sehr, sehr schade finde, warum die das tun. Und egal, wenn ich jetzt das hier mache. Ich kann ihn nicht betäuben. Und trotz Kritischer ist es alles egal. Und wie viel Schaden machst du jetzt? Uh. Das gefällt mir. Das nutze ich aus. Komm, komm, komm. Wechsel nicht. Bleib einfach Opfer dich. Du wechselst. Und du nervst. Warte, was macht ihr, wenn ich fliehe? Stoß bei Flucht. Okay, es steht 1-1. Das ist wieder so eine lange Runde, Magen. Okay, du findest mich jetzt. Das ist mir schon ganz klar und bewusst. Aber du hast einen Fehler gemacht. Du hast nämlich deine starke Attacke jetzt verwendet. Du hast aber auch noch diese nervige... Du hast Schildbreaker, ne? Ist mir egal. Ich gehe jetzt mit ihm rein. Und da du Schildbreaker hast, mache ich das. Und du bist weg vom Fenster. Greif mich an. Mach Schaden. Ich habe einen... Und der macht Stoß bei Flucht. Okay. Aber einen habe ich weg. Und jetzt dich weg. Kollege, du hast jetzt aber ein Problem, was du getan hast. Ich habe jetzt die starke Attacke frei. Und ich habe ihn wirklich gut geboostet. Hier könnt ihr sehen. 2000 Angriff. Also ich habe sehr viel reingebechert. Und das ist einmal Konterschaden mit 2000. Und dann nochmal hier. So warte, du hast erst... Ach stimmt, du hast keinen Schildbreaker mehr. Sehr schön. Und du hast diese eine Attacke... Warte, schnell gucken, schnell gucken. Verzögerung muss ich jetzt machen, also. Erstmal gut Schaden gemacht. Verwundung. Das ist schön. Immun. Und wehgetan. Jetzt ist die Sache... Er wechselt. Das kam jetzt ein bisschen unerwartet. Ich glaube, dass ich ein kleines Problem habe. Keine kritische... Ich habe es geschafft. Bitte, 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 bitte. Ja, ich habe es geschafft. Oh, Gott sei Dank. Das war aber auch knapp. Okay, I'm back. Tyrande. Tyrande. Okay, sehr schön. So, ich dachte mir, komm, ich habe jetzt ein Comeback gestartet. Ich mache jetzt noch ein Kampf. Ich hoffe einfach, dass es nochmal gut geht. Ich hoffe einfach, dass es nochmal gut geht. Ah, mit der Dino war, bin ich halbwegs zufrieden. Obwohl ich auch gerne... Ah, weiß ich nicht. Ihn hatte ich noch nicht so oft als Gegner. Ah, du bist bestimmt böse, ne? Ja, du wirst böse sein. Ich lenke dich erstmal ein bisschen ab. Er hat, glaube ich, auch Konterschaden, ne? So war doch die Geschichte, ne? Ja, natürlich hat er Konterschaden. Und natürlich tut das weh. Schaden über Zeit. Ich bin weg vom Fenster. Ah, ich sage wirklich, also... Ist mir leid, aber ich bleib bei der Sache. Ist nicht nett. Guck mal, warte. Wie ist deine Attac-Priorität? Schnelle Geschwindigkeit, bla bla. Aber du kannst eigentlich nichts machen. Ansonsten... Panzerung erhöht. Ah, er hat die Panzerung erhöht. Ah, trotzdem abgereicht. Sehr schön. Gut, 1-1. Ah, mir könnt ihr wirklich sehen, wieso das Spellings von den Dino-Verteilungen ist. Sehr stark sehen. Oh, jetzt hat er ihn. Ist mir egal, ich knall jetzt Knaller durch. Ich bin immun. Und ich gehe durch. Ausweichen, Kollege. Tut mir leid. Ist ja schön, dass ich die Runde noch gemacht habe. Wen hast du denn noch im Pad? Also ich habe jetzt gedacht, der Gegner hätte jetzt noch... ...massere Geg... ...Gegner soll ich schauen, Dinos. Okay, er ist ein Mittelmaßspieler. Und weg mit dir. Ich bin immun. Mach dummer. Ist eigentlich Initiativenangriff? Bereit machen. Ja, hast du alles. Wirst du auch tun, ne? Hat aber nicht gereicht. Ich bin gemein. Ja, alles gut, Kollege. Vielleicht kenne ich dich ja. Wer bist du? Willi. Vielleicht kenne ich dich ja. Kannst ja gerne einen Kommentar schreiben. Wenn du es weißt. Naja, egal. Gut. Also ich würde sagen... Ich würde mich jetzt verabschieden. Leider war das jetzt... Ja, ich weiß gar nicht, bei welcher Punktzahl ich eben angefangen habe. Jetzt habe ich wieder 5062. Ich glaube, genau da war ich in diesem Durchschnitt. Sehr, sehr schade. Hat nicht geklappt. Aber ihr habt was gesehen. Und ich will ja versuchen zu verändern. Ich habe ja auch schon viele Dinos, die ich eigentlich vielleicht auch in mein Hauptteam packen will. Aber halt nicht gelevelt. Nicht geboostet. Und ihr könnt mir gerne... Ich habe ja mit vielen von euch Kontakt. Wenn ihr mal seht. Genau. Hört wirklich. Merkt euch das. Ihr könnt das wirklich machen. Wenn ihr mal seht. Bei den Dinos. Weil man die ganzen Boosts zurückziehen kann. Aktuell. Ich habe ja 100 eingesetzt. Und wenn ich sie zurückziehe, verliere ich 50. Ich kriege nur 50 zurück. Aber es gibt mal so Aktionen. Da kriegst du deine vollen 100 pro Boost zurück. Wenn ihr das mal wieder seht. Schreibt mir bitte eine PN. Genau. Eine PN. Bei Discord. Weil dann kann ich direkt mal reagieren. Und vielleicht mal ein bisschen umswitchen. Ich will das Team auf jeden Fall verändern. Weil ich will weg von dieser deprimierenden und depressiven Bibliothek. Ich finde die immer so depressiv. Ich weiß nicht. Ich bin mal lieber in der Lagerhalle, im Strand. Ich finde das auch schade, dass man sich die Arenen nicht irgendwie aussuchen kann. Irgendwie. Keine Ahnung. Oder abwechseln. Dass man auch mal andere Sachen sieht. Ich finde das schade, dass die Arenen von Anfang an. Ganz unten. Dass du die nie wieder siehst. Das finde ich so mega schade. Die hätten auch so ein Zufallsprinzip machen können. Ja, du bist in der Arena Bibliothek. Das ist deine Hauptarena. Aber dass du einfach auch mal woanders bist. Das wäre cool. Das könnten die sich vielleicht mal überlegen. Aber vielleicht bin ich auch der Einzige, der so denkt. Würde mir ja gerne mal schreiben, ob ihr genau so denkt. Bis dahin. Ich wünsche euch alles Gute. Ich hoffe euch hat die Folge gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.